Hey Leute und willkommen zum ersten Season Rennen in der FSL. Wir wählen jetzt erstmal unser Setup aus und dann geht es auch schon los mit der ersten Qualifikationsrunde. Und auf die erste Qualifikationsrunde nehme ich euch hier mit, denn ihr kennt das Spiel ja. Die schnellste Qualifikationsrunde nehme ich hier mit ins Video rein und das war halt die Quali-Runde in Q1 mit den Softreifen. Und da habe ich auch schon die ersten paar Kurven hier gut gemeistert. Es geht zwar noch besser, aber das war das Beste, was ich aus dieser Situation herausbringen konnte, abrufen konnte, wie auch immer man es nennt. Und jetzt biegen wir auch gleich auf eine DRS-Zone ein, nämlich jetzt hier die Rechtskurve und das DRS ist aktiviert. Ihr kennt das ja schön mit ERS4. Und jetzt kommt man zu einem schwierigen Sektor und auch zu einer schwierigen Kurve, nämlich die hier. Da kann man leicht seinen Wagen verlieren. Und dann ist auch gleich schon hier die Runde vorbei. Jetzt biegen wir hier schön in die Schikane ein. Und da sehen wir die Boxeneinfahrt und die letzte Kurve. Und somit komme ich über die Linie mit einer 1,19,7 und bin somit gerade auf den fünften Platz hier in Q1. Und hier seht ihr die Ergebnisse, wer rausgeflogen ist, wer weiter ist. Die erste Qualifikationsrunde in Q2 beende ich mit einer 1,20,4 und bin somit auf den zweiten Platz. Da bin ich leider rausgeflogen aus Q2. Ich durfte hier Q3 nicht mehr mitfahren. Und somit stehen wir in der Startaufstellung. Und das hier ist meine Strategie. Ich starte auf Medium Reifen, dann wechsle ich auf Soft und dann wieder auf die Medium Reifen. Und somit gehen hier die 5 roten Lichter beim Spanien Grand Prix an und wieder aus. Und da habe ich einen nicht so guten Start hingelegt. Da haben die anderen viel besser gestartet. Da überholt mich schon der David aus Hamburg. Und jetzt kommt der Checker mit einer Aktion, wo man sich denkt, warum, weshalb, was sollte das? Wo hat er da eine Lücke gesehen? Und da sind auch zwei außerhalb der Strecke. Das sehen wir jetzt ja auch nochmal hier von außen. Meinen nicht so guten Start. Und auch ein paar andere sind auch nicht so gut gestartet. Und jetzt sieht man es nochmal, wo war da eine Lücke für den Renault-Piloten. Deswegen bin ich auf der Wiese gelandet. Und jetzt sehen wir auch nochmal die zwei Wagen, die da außerhalb der Strecke waren. Am Ende der ersten Runde steht da Kofi an der Seite. Und somit bin ich auf den 13. Platz. Runde 2. Da ist der Phönix, den ich jetzt überhole, der sich verbremst hatte. Deswegen bin ich jetzt auf den 12. Platz. Und somit bin ich jetzt auf den 9. Platz schon vorgefahren. Und da steht auch noch der Moskito. Und somit bin ich schon auf den 8. Platz. Runde 7. Da komme ich quer, schlage hier in die Mauer ein, habe einen kaputten Flügel und verliere etliche Plätze, dass ich jetzt nur noch auf den 11. Platz bin. Runde 10. Da ist jemand an der Box, nämlich der Alpha-Pilot. Und somit bin ich 10. Runde 12. Da ist mein Teamkollege an der Box. Und somit bin ich 9. Runde 12. Da versucht mich der Moskito zu überholen mit DRS. Kriegt er das hin? Ja, kriegt er. Und somit ist er an mir vorbei. Und somit bin ich 10. Runde 14. Da ist der Stoffgamer an der Box. Und somit bin ich 9. Schon wieder gegen den Evil kämpfe ich hier in Runde 16. Und ich komme wieder vorbei. Somit bin ich 8. Runde 19. Da verbremst sich ein bisschen der Enderfake. Kommt da außerhalb der Strecke. Und somit bin ich auf den 7. Platz. Runde 21. Da sage ich zu meinen Teamkollegen, dass er an mir vorbeifahren soll. Nicht, dass ich ihn noch aufhalte mit meinem Flügelschaden. Und somit bin ich wieder auf den 8. Platz. Runde 23. Da versucht mich der Alpha Pilot zu überholen. Und das schafft er auch. Aber schaffe ich es zu kontern? Der Stoffgamer ist auch dicht hinter mir. Aber nein. Ich kriege es nicht hin und bleibe auf den 9. Platz. Runde 26. Da ist der Moskito in der Box. Und somit bin ich auf den 8. Platz. Ende Runde 26. Fahre ich in die Box. Hol mir einen neuen Flügel mit neuen Softreifen. Und fahre somit auch hier wieder raus. Auf den 11. Platz. Komme ich jetzt hier wieder auf die Strecke zurück. Runde 29. Da fährt der Hex oder Gecko aus der Box raus. Und somit bin ich auf den 10. Platz wieder. Runde 35. Da fahre ich an die Box. Weil das Safety Car gerade draußen ist. Hol mir neue Softreifen. Obwohl ich das überhaupt gar nicht wollte. Ich wollte auf die Medium Reifen wechseln. Eigentlich. Aber. Das wäre noch viel zu früh gewesen. Dann hätte ich noch einen Stop machen müssen. Und somit bin ich auf den 9. Platz wieder. Auf der Strecke. Runde 39. Da ist der David aus Hamburg in der Box. Und somit bin ich 8. Und das meines Erachtens zu spät. Runde 42. Da kommt der Alpha Pilot ein bisschen quer. Und somit bin ich auf den 7. Platz. Runde 43. Wieder kämpfe ich hier gegen Enderfake. Mit DRS ziehe ich an ihn vorbei. Oder doch nicht. Doch. Ich schaff's. Und somit bin ich in der 43. Runde auf den 6. Platz. Runde 44. Da steht mein Teamkollege auf der Strecke. Und somit bin ich auf den 5. Platz. Runde 46. Da steht der Michaela Schumach außerhalb der Strecke. Und somit bin ich auf den 4. Platz. Runde 50. Weil Michaela Schumach ausgeschieden ist. Jetzt ist das Safety Card draußen. Und somit fahre ich in die Box. Hole mir endlich die Medium Reifen. Und komme auf den 5. Platz wieder raus. Nur 1 Platz habe ich verloren. Runde 57. Da dakehre ich hier den Alpha Piloten mit DRS. Und kann auch locker flockig an ihn vorbeiziehen. Und bin somit wieder auf den 4. Platz. Runde 59. Da ist der Kofi hinter mir. Mit DRS und frischeren Reifen. Und somit zieht er hier an mir vorbei. Und somit bin ich nur noch auf den 5. Platz. Runde 64. Hier sauge ich mich an den Moskito dran. Mit DRS. Und bin wieder auf den 4. Platz. Letzte Runde. Letzte Kurve. Da kommt der Kofi quer. Ja, da kann ich gerade noch so ausweichen. Und jetzt komme ich hier über die Ziellinie auf den 2. Platz. Denn der O-Card hat hier noch eine Zeitstrafe gehabt. Beziehungsweise mehrere Zeitstrafen. Und ich keine. Und somit bin ich auf den 2. Platz. Und hier ist das Podium. Hier feiern wir wieder alle. Kriegen Applaus. Spritzen ein bisschen mit Champagner rum. Und dann würde ich sagen, sehen wir gleich hier die Ergebnisse. Und das soll es auch hier für den Part wieder gewesen sein. Für das Highlight Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.